Hey Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Guide from Prince of Persia und wir machen heute alle Sammelobjekte in der alten Königsstraße. Und das sind ja nur drei Stück, deswegen kurzes und knackiges Video, wie ihr alle Sammelobjekte in Prince of Persia findet. Wenn ihr die ganzen Fähigkeiten habt, ihr braucht zumindest einen Doppelsprung, um hier einmal zurückzukehren und dann die Sammelobjekte einsammeln zu können. Pusht mal das Däumchen nach oben, lasst auch gerne ein Abo da. Alle Guides zu Prince of Persia findet ihr auf jeden Fall im Kanal, falls euch da noch was fehlt für die Platin, klickt euch da gerne durch, da findet ihr alle Gebiete mit 100% und alle entsprechenden Aufgaben. Geht also einmal hier komplett durch und dann kommen wir hier eben raus und ja, hauen erstmal den Typ um, klatschen den einmal weg, denn der steht uns nur im Weg. Der kloppt uns zwar auch durch die ganze Gegend durch, aber den hauen wir eben schnell um und dann geht es hier einfach erstmal geradeaus weiter. Hier lasst ihr euch dann einfach runterfallen und hier unten geht es dann links entlang. Also einmal links durch und dann hier nach hinten und dann seid ihr quasi in der alten Königsstraße. Und hier ist quasi das Gebiet, hier gibt es drei Sammelobjekte, die wir jetzt alle holen und da geht ihr einfach erstmal komplett links durch, haut hier eben schnell die Gegner weg. Sollten eigentlich kein Thema sein mit eurer aktuellen Stärke, Stufe. Also das ist eigentlich kein Problem, klatschen wir eben schnell um, hauen hier den Typ auch mit dem Schild eben weg. Der ist uns nämlich nur im Weg und dann gehen wir hier links weiter, lassen uns einmal hier runterfallen und hier können wir dann eben mit dem Doppelsprung auf die andere Seite kommen oder auch mit dem Dash. Und dann können wir hier einmal hochgehen und hier oben gibt es dann die erste Kiste, da ist ein Skin drin, soweit ich mich richtig erinnere. Da ist noch so ein kleiner Adler, den machen wir eben noch schnell platt und reisen in die Federn raus und dann können wir hier die Kiste einsammeln. Erster Sammelobjekt ist also hier auf der Karte, Kiste und die nehmen wir natürlich einmal mit. Gibt entsprechend einen Skin und wenn wir das erledigt haben, dann gehen wir wieder zurück, gehen einmal hier runter, links entlang, hier einmal links raus und da gibt es die Zerxes-Münze. Da müsst ihr nämlich einmal hier den Typ besiegen, der gehört zu den verlorenen Kriegern, zu der Quest. Den müsst ihr also so oder so platt machen, um eben die Quest zu erfüllen. Deswegen erledigt den eben schnell und ihr erhaltet dann auch noch eine Zerxes-Münze. Perfekt und die Quest, die verlorenen Krieger ist damit auch aktualisiert. Jetzt gibt es hier nur noch ein Sammelobjekt und das ist ziemlich leicht zu finden. Da geht ihr nämlich einfach hier von dem Kampfgeschehen aus nach links durch und ganz hinten, da wo jetzt auch das Fragezeichen markiert ist, da findet ihr dann das Sammelobjekt, was ihr eben aufsammeln könnt. Das liegt hier im nächsten Abschnitt einfach hier auf dem Boden. Nehmt das einfach mit, hier liegt es ungefähr, schnappt euch das Teil und wundert euch nicht, hier kann man nicht durch. Das liegt einfach daran, weil wir sonst das Level hier das Spiel verlassen würden und deswegen kann man da nicht durch. Da gibt es also nichts Großartiges zu holen. Ja Freunde, das waren alle Sammelobjekte für diese Straße. Falls ihr noch mehr Lösungen braucht, schaut gerne im Kanal nach. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Pusht das Däumchen nach oben, wenn euch das Video geholfen hat. Und bis zum nächsten Mal Leute, macht's gut, adios und ciao ciao.